Der endobronchiale Ultraschall ist die Kombination aus Bronchioskopie und Sonografie. Mit Hilfe von Ultraschall können wir durch die Bronchialwand hindurch schauen und Strukturen jenseits der Schleimhaut und der Knorpelspangen darstellen. Diese Technik ermöglicht uns Strukturen und Lymphknoten zu punktieren und Gewebeproben zu nehmen und wir setzen sie besonders häufig ein bei Tumorerkrankungen und in diesem Fall beim Lungenkrebs.